Stimmwunder aus Teil WZH begeistert im deutschen TV Flavio schafft es mit Gänsehautauftritt in die nächste Runde Stimmwunder aus Teil WZH begeistert im deutschen TV Flavio schafft es mit Gänsehautauftritt in die nächste Runde Mit Bravour sang sich Flavio Rizzello, 13, aus Teil WZH gestern bei The Voice Kids in die nächste Runde Mit den Kandidaten Samuele, 13, und Nadine, 14, aus dem Team Max Giesinger, 28, performte der Gewinner von die größten Schweizer Talente von 2015 die Ballade Grande Amore der italienischen Gruppe Il Folo Die Reaktion des Publikums und der Jury? Kein Auge blieb am Gänsehautauftritt des Trios trocken Coach Giesinger platzte beinahe vor Stolz und sagte mit nassen Augen Das war das beste Battle, was ich hier jemals gesehen habe Man glaubt nicht, dass man hier bei The Voice Kids ist, das kann man nicht besser machen, das war perfekt Das Publikum bedankte sich bei den Talenten mit Stehapplaus und einer Forderung nach einer Zugabe Von dieser Wahnsinnsreaktion der Zuschauer ist Flavio überrascht Wir hatten gehofft, dass unser Auftritt gut ankommt, da uns das Lied von Anfang an zusagte Aber dass das Publikum so ausfliegt, damit konnten wir nicht rechnen, sagte er zu Blick Der Schweizer darf nun als einziger des Trios an den Sing-Offs antreten Dass Giesinger ihn in die nächste Runde nahm, war für den Minisänger ein großer Moment Ich war natürlich überglücklich, aber auch traurig für meine Butler-Partner Ich habe sie so in mein Herz geschlossen Ich freue mich wahnsinnig darauf, weiter mit Max arbeiten zu dürfen Trotz Riesenerfolg in der Castingshow, an den Sieg klingt Flavio noch gar nicht, wie er sagt Ich genieße jeden Moment, den ich bei The Voice Kids erleben darf, Cut